Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksack-Unternehmer und heute verdienen wir einfach mal 350 Euro am Tag mit Google. Bevor es so spät ist, da bin ich mal gespannt. Und das ist der liebe Leon Kramer, das Video. Ich bin jetzt gerade live auf... Dein Ratgeber-Tipp hat gerade zwei reingeschickt. Ich bin jetzt gerade live auf Kik und wir schauen uns die besten Videos an. Also, wenn du das nachher siehst auf YouTube oder Co., dann komm doch gerne auf Kik vorbei. Ich streame live, Links packe ich hier unten rein, Links Michael Kotze auf Kik. Und dann haben wir Spaß. Gerade vier Live-Zuschauer, 43 Follower. Also, du kannst der Follower 44 werden oder so. Und ich bin mal gespannt, was wir auf wirklich 350 Euro verdienen. Wir haben gerade noch ein Video angeschaut, da waren eigentlich so die Taktiken echt nicht gut. Aber okay, vielleicht ist das jetzt ein bisschen besser. Attacke. Und somit können wir dann immer wieder 350 Euro pro Tag durch Google verdienen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch mal wieder einen extrem spannenden, unbekannten Google-Trick zeigen, mit dem man aktuell richtig gutes Geld verdienen kann. Google ist seit Jahren die beliebteste Website der Welt mit den meisten Uhr aufrufen. Danach übrigens direkt schon YouTube, Twitter, Instagram und Co. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dann... Lustig, das Twitter. Aber Twitter ist einfach in Amerika so voll das Ding. Also, ihr glaubt gar nicht. Also, im Englischen ist einfach Twitter. In Amerika ist Twitter einfach mal voll das Ding. Mal gucken, wie es jetzt mit X so weitergeht oder so. Aber, ja, deshalb kann man auch Twitter auch sehr gut Geld verdienen. Und wisst ihr, was jetzt bei Twitter... Bei Twitter könnt ihr jetzt richtig cool Geld verdienen, ne? Weil die halt Geld bezahlen für wie viel Aufruf, wo ihr Tweet hat und so weiter. Und die haben ein tolles Partnerprogramm mittlerweile. Wenn ihr eine andere Reihenfolge gehabt hättet... Und obwohl die Seite Google so beliebt ist, gibt es trotzdem noch einen geheimen Google-Bereich, den ich euch in diesem Video einmal vorstellen möchte und mit dem man aktuell richtig gutes Geld verdienen kann. Das Ganze ist so genial, dass die meisten es nicht wahrhaben können. Und zwar, mit Google Bart könnt ihr aktuell tatsächlich über 300 Euro pro Stunde verdienen mit diesem Genial. 300 Euro die Stunde auch noch. Nicht nur 350 Euro am Tag. 300 Euro die Stunde. Also, wer bietet mehr und so Rolex-Uhren und so alles. 10 Minuten neue Ice-Out-Rolex-Uhren und so. Aber das machen wir jetzt einfach mal alles, oder? Unfassbar. Schauen wir mal. Ich glaube, ich verdiene einfach viel zu wenig Geld oder so. Ein Trick. Schau dir das Ganze auf jeden Fall jetzt bis zum Ende an, wenn du das Maximale aus Google Bart rausholen willst. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es ausschaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren und du bist noch auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine extrem spannende Google-Methode an, mit der wir es schaffen können, immer wieder 350 Euro und mehr zu verdienen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Immer wieder 300 Euro. Also das mache ich dann auch. Ich kann auch Action-Videos mehr machen, um Geld zu verdienen. Zuallererst müssen wir natürlich auf Google gehen. Das Ganze macht ihr am besten mit dem Google Chrome Browser. Das könnt ihr am PC machen oder auch am Handy einfach den Chrome Browser runterladen, denn damit gibt es am besten. Und hier gebt ihr dann einfach ganz normal Google.com ein. Dann öffnet sich hier schon die normale Google Startseite. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber was jetzt die wenigsten Leute kennen, ist dieser Bereich hier unten. Ich gehe mal kurz rauf. Und zwar ganz unten rechts haben wir die Einstellung. Und da bin ich mir sicher, sind erstmal die wenigsten überhaupt schon mal raufgegangen. Das heißt, wenn wir hier rauf gehen, haben wir jetzt noch hier ein besonderes Feld. Und zwar die erweiterte Suche. Das heißt, wir haben jetzt hier eine spezielle, neuartige Google Suche. Nämlich die erweiterte Suche. Und hier können wir jetzt eben ganz genau Sachen filtern. Und hier nochmal ein bisschen genauer suchen. Und was uns jetzt hier interessiert, ist natürlich das Thema Geld verdienen. Und zwar hier sollen natürlich folgende Wörter enthalten sein. Das heißt, ich werde das Ganze Schritt für Schritt mit euch durchgehen, dass ihr es einfach nachmöchern könnt. Und zwar natürlich Google. Dann natürlich Geld verdienen. Warum klickt er da jetzt nicht einfach drauf? Und jetzt ist das schon automatisch ausgefüllt, weil er es ja schon mal vorher getestet hat. Okay, aber wer bin ich denn? Und dann noch weitere Wörter. Hier sehen wir dann nochmal, was genau enthalten sein soll. Und zwar hier die wichtigsten Wörter. Dann in der zweiten Seite dann hier nochmal ein paar Wörter in Anführungszeichen. Dann hier nochmal Wörter, die nicht enthalten sein sollen. Und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel dann nochmal sowas wie KI oder auch von zu Hause aus. Hier steht es auch schon. Hier habe ich das schon vorbereitet. Und hier können wir das dann eingeben. Dann muss man hier zum Beispiel nochmal Wörter in Anführungszeichen eben schreiben. Zum Beispiel habe ich es hier auch schon vorbereitet. Geld verdienen kann man dann hier nochmal einfach eingeben. Und jetzt nochmal, wenn ihr hier ein spezielles Wort unbedingt dabei haben wollt oder hier eben eins von folgenden Wörtern enthalten haben wollt, dann könnt ihr nochmal sowas hinschreiben. Zum Beispiel wie ohne Startkapital. Und jetzt natürlich wichtig hier dieser vierte Bereich und zwar keins der folgenden Wörter. Das heißt, wenn man hier etwas nicht angezeigt haben möchte, dann habe ich da auch natürlich was vorbereitet. Ihr könnt es natürlich so eingeben, wie ihr wollt. Dann werdet ihr natürlich andere Ergebnisse bekommen, wenn ihr jetzt andere Sachen eingebt. Aber ich habe hier beispielsweise mal eingeben ohne hohe Kosten. Und dann hier nochmal der Bereich zum Beispiel 300 bis... Naja, ohne Startkapital ist dann meistens ohne hohe Kosten. 300. Wobei, bitte. Also dieses Geld verdienen. Viel Geld verdienen ohne Startkapital oder so. Das ist halt so ein bisschen so... Man muss halt irgendwas machen. Also ein paar Tools investieren oder eine Webseite oder so. Ein bisschen Startkapital schadet nie. Und umso mehr Startkapital man hat, umso eher erreicht man auch größere Ziele. In drei Wochen, in vier Monaten, 10.000 Euro im Monat verdienen ohne Startkapital wird meistens schwierig. Klar, du kannst jetzt, wenn du jetzt Closer bist oder so, kannst du halt... Wenn du dieses Vorwissen hast, aber da hast du vielleicht auch eine Ausbildung gekauft vorher und kannst du schnell Geld verdienen oder so. Aber halt trotzdem. Aber schauen wir mal weiter, wo er jetzt hin möchte oder so. Im Bereich 300 bis 350 Euro pro Tag oder was? Okay, ich bin mal gespannt, aber ein bisschen müßtieren muss man immer. Und ich habe ja Anfang des Jahres, 2024, meine nächste Mastermind. Sechs Monate mit mir. Schreib mir auf Instagram, wenn du Interesse hast an meine Mastermind. Mit mir sechs Monate zusammenarbeiten. Und wir lernen dann halt Affiliate-Marketing und das Thema Geld verdienen. Sechs Monate lang. Das kann ich dir einfach mal sagen. Okay, wir haben fünf Live-Zuschauer. Cool. ...at 50. So, und jetzt haben wir hier alles eingeben und jetzt können wir hier einfach unten auf die erweiterte Suche gehen. Und jetzt werden wir hier schon Folgendes sehen. Und zwar, hier erscheint tatsächlich an allererster Stelle ein Video von mir. Und zwar hier ein Video zum Thema Google Bart. Und hier aus diesem Video werde ich euch jetzt nochmal die wichtigsten Sachen nochmal zusammenfassen und einblenden. Und natürlich nochmal ein paar Ergänzungen machen. Ja, aber das Video hätte er ja auch anders finden können. Warum jetzt so genau? Das verstehe ich nicht. Okay. Da hat sich auch einiges geändert. Dazu komme ich jetzt. Am wichtigsten ist da natürlich die neue Künstliche Intelligenz von Google und zwar Google Bart. Daher ist natürlich die Frage, wie kommt man hier an Google Bart, an die neue Künstliche Intelligenz ran. Dazu einfach auf Google.com gehen, dann hier G eingeben und dann kommt auch schon Google Bart. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach Google Bart eingeben und dann sehen wir hier schon diese Seite. Das war, weil es seine letzten Suchbegriffe waren. Also, wenn wir nochmal ganz kurz zurück. Das ist natürlich bei euch nicht. Also, bei euch wird Google, GMX, Google Maps, Übersetzer und so weiter kommen. Hier ist die Uhr oder so. Diese Anzeige ist nur, weil er das zuletzt gesucht hat. Und bei euch wird es wahrscheinlich nicht. Bei euch wird das hier stehen. Google, GMX und Maps und Übersetzer und so weiter. Das ist natürlich dumm. Also, das ist doch so. Sieht man das nicht? Das sind ja die letzten Suchergebnisse. Deshalb wird bei jedes angezeigt, aber okay. Google Bart, beziehungsweise könnt ihr auch einfach Google Bart eingeben und dann sehen wir hier schon diese Seite. Bart.google.com und hier können wir jetzt einmal raufklicken und eröffnet sich schon hier diese Seite. Und hier können wir jetzt direkt schon starten. Das Ganze ist ähnlich wie bei ChatGPT, nur ich persönlich finde es tatsächlich noch besser. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was findet ihr besser? Google Bart oder ChatGPT? Und hier müssen wir jetzt einen Prompt, also ein... Kommt drauf an, wofür, ne? Also, was findet ihr besser? Ferrari oder Mercedes? Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, der Vergleich, ne? So, aber wofür denn? Befehl eingeben. Und jetzt werde ich euch mal etwas extrem Geniales zeigen. Und zwar, ich werde jetzt mal folgendes reinschreiben. Und zwar, schreib mir einen Werbetext für ein Café. So, beziehungsweise hier schreiben wir nochmal rein, für die Website eines Cafés, damit Google auch genau weiß, was wir meinen. Nein, für die Website eines Cafés. Zack, und dann klicken wir hier auf... Also, wenn man so einen Prompt macht, also zum Beispiel, ich mache nicht Google Bart, da mache ich nichts drauf, aber ChatGP. Dann würde ich noch ganz viele andere Sachen. Hey, was verkaufst du im Café? Spezialitäten, Name, in Du-Form oder sonstige Sachen, wie lang und, und, und. Aber so ein bisschen Information da noch reinpacken oder so, macht dann schon Sinn. Na? Dass der Kunde auch abgeholt wird oder so. Nur mal so. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin will, er hat uns jetzt ein Video gezeigt, er hat uns die Suche gezeigt, er hat uns ein Video gezeigt und jetzt das. Mal gucken, wo die Reise hingeht, ich verstehe es gerade nicht. Auf senden, ich ziehe es nochmal kurz runter, dass ihr es auch seht, hier, zack, auf senden. Und warum hat das Video einfach mal 200 Likes oder so? Liked doch auch mal was hier. Komm, einfach mal so, hey, A-Tacke, komm, wo ist der Like? Und jetzt werde ich das Ganze auch nicht schneiden, sondern ich werde das jetzt so laufen lassen, hier das Video, dass ihr genau seht, wie schnell das geht. Und jetzt sind wir hier auch schon fertig. Zack. Zack, hier haben wir nochmal die ganzen Sachen. Und was ich hier absolut super fände, Google sagt auch schon, was wir jetzt hier noch einfügen müssen. Und zwar hier wird der Text vorgeschrieben und hier sagt Google, bat uns eben selbst nochmal, was wir jetzt noch. Ja gut, hätte man das sofort eingegeben, dann hätte das sofort vernünftig ausgefüllt. Mal selbst hinzufügen müssen, das heißt die Lage des Gefäßes und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir nochmal die ganzen Infos, die wir hier nochmal ergänzen können. Und das ist eben bei vielen anderen künstlichen Intelligenzen nicht der Fall. Und deswegen finde ich Google Bart auch aktuell wirklich so extrem spannend. Natürlich können wir das Ganze jetzt einfach erstmal kopieren. Und jetzt kommt direkt eine zweite künstliche Intelligenz ins Spiel, die ich auch schon das eine oder andere mal gezeigt habe. Und zwar textumschreiben.com wird wirklich so geschrieben. Und hier können wir jetzt einfach mal den Text einfügen. Hier natürlich noch den Namen, zum Beispiel, ja, Kaffee Sonne beispielsweise. Beispielsweise so in München zum Beispiel. Zack, in München. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Und zwar, wir können jetzt hier den Anti-Plagiat-Modus auswählen. Und was ist das für ein Modus? Der ist wirklich absolut genial, weil viele haben ja immer die Kritik, ja, beim Thema künstliche Intelligenz, da gibt es doch voll viele Kopien, also Plagiate. Und das haben wir hier eben nicht. Und das Ganze können wir jetzt hier einmal bestätigen, dass wir kein Roboter sind. Und dann können wir uns diesen Text hier umschreiben lassen. Das heißt, hier wählen wir jetzt die Sprache aus. Deutsch natürlich schon voreingestellt. Und dann auf zum Umschreiben klicken. Und jetzt wird der Text nochmal ganz genau umgeschrieben. So, jetzt haben wir hier auch schon den fertigen Text soweit verfügbar. Und jetzt können wir das Ganze hier einfach mit einem einzigen Klick kopieren. Und jetzt kommt die nächste Seite von Google ins Spiel. Und zwar Google Docs. Das habe ich hier schon voreingestellt. Das heißt, hier Google, nicht Google Docs, sondern Google Docs. So, und jetzt hier gehen wir jetzt einmal hier rauf auf Google Docs. Und jetzt können wir hier folgendes sehen. Und zwar hier können wir jetzt ein leeres neues Dokument auswählen. Und das Ganze ist jetzt vergleichbar mit Microsoft Word. Das heißt, hier können wir jetzt eben ein Schreibprogramm eben verwenden. Das heißt, hier können wir jetzt diesen Text einmal einfügen. Und hier können wir das Ganze jetzt nochmal ganz genau bearbeiten oder eben Sachen fett machen oder unterstreichen oder was auch immer. Und hier können wir jetzt nochmal eine gewisse Eigenleistung zu unserem Text hinzufügen. Weil ich sage auch direkt immer, man soll jetzt nicht mit solchen Texten eins zu eins Geld verdienen. Das heißt, nicht einfach Copy und Paste, sondern auch noch eine gewisse Eigenleistung mit einfließen lassen. Ich finde jetzt das Video schade, weil ich nicht das Ergebnis weiß, wo die Reise hingehen soll. Zwischen diese Suche bei Google, das Video und jetzt diesen Text erstellen oder so. Wo soll es denn hingehen? Wie wollen wir denn diese 350 Euro pro Tag verdienen? Auf welcher Plattform oder wie auch immer? Sollen wir jetzt ein Café aufmachen oder so? Verkaufen wir den Text als Dienstleistung oder so? Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Wenn man so schön in der Schule gesagt hat, in eigenen Worten schreiben. Oder wenn wir das Ganze dann umgeschrieben haben, zum Beispiel die Schriftart ein bisschen verändert haben. Oder auch beispielsweise ein bisschen größer. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann können wir das Ganze eben auswählen. Die Schriftart finde ich jetzt persönlich nicht so cool. Wir werden einfach mal diese hier auswählen. Und jetzt können wir das Ganze hier natürlich nochmal ein bisschen umschreiben lassen. Die Schriftart ist sowieso kackegal, weil das sollte doch auf eine Webseite. Und dann wähle ich auf der Webseite die Schriftart oder so. Zum Beispiel nochmal die Fehler ausbessern. Weil hin und wieder können natürlich auch Rechtschreibfehler auftreten. Auch bei künstlichen Intelligenzen. Deswegen kommt jetzt die nächste Seite ins Spiel. Und zwar hier werden wir das Ganze, wenn wir es umgeschrieben haben, dann noch einmal rauskopieren. So, jetzt sind wir auch schon auf der Seite Rechtschreibprüfung 24. Und hier können wir jetzt einfach unseren Text einfügen lassen. Und können dann hier einmal die Prüfung starten. Und dann sehen wir ja auch schon das Ganze hier ist wirklich dieser Punkt Abendessenoptionen ist eben falsch. Und hier können wir das Ganze eben nochmal umändern lassen. Zum Beispiel hier das Ganze eben oder eben das Wort nochmal komplett austauschen. Das heißt, hier seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr alles richtig schreibt. Ja, jetzt habt ihr gelernt, wie ihr effektiv und schnell mit Google Bart arbeiten könnt. Aber jetzt zeige ich euch noch ganz genau, wie ihr damit auch Geld verdienen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall jetzt dran. Jetzt kommt nämlich die Seite upwork.com ins Spiel und auf der könnt ihr richtig... Ah, okay. Und jetzt verkaufen oder Texte dort oder was? Gutes Geld verdienen. Wie ihr das Ganze hier starten könnt, das zeige ich euch gleich nochmal Schritt für Schritt. Wir fangen erst... Übrigens für diesen Text da glaube ich nicht, dass da großartig jemand 350 Euro bezahlt hat oder sowas. Aber Punkt eins, ich gebe ja auch... Die Information muss ja auch stimmen mit dem Abendessen und keine Ahnung. Was biete ich überhaupt im Kaffeeabendessen an wie Salate oder so? Weil ein Kaffee hat ja meistens eher so morgens und nachmittags geöffnet oder so. Oder vielleicht noch ein Brunch oder so am Wochenende oder so. Aber die Daten müssen ja alle stimmen. Was biete ich an oder so? Also einfach sowas auf eine Webseite zu packen und dann... Ja, und dann hat man das ja gar nicht im Angebot, diese Produkte. Schwierig. Jetzt mal an mit dem Bereich. Dazu habe ich hier schon mal ein Beispiel rausgesucht. Und zwar der Bereich Social Media beziehungsweise Copywriting. Copywriting bedeutet so viel wie Werbetexte. Und das haben wir ja auch am Anfang dieses Videos gemacht mit Hilfe von Google Bart. Und hier sehen wir tatsächlich, hiermit kann man über 300 Euro, 350 Dollar, also knapp 340... Ja, wenn man wirklich Copywriting, Verkaufstexte oder sonst was, dann kann man das auch machen. Eine DIN A4-Seite vom deutschen Texter, der das halt wirklich Verkaufstexte, die konvertieren. Da zahlt man dann 500 Euro für eine DIN A4-Seite ungefähr. Das ist meistens nicht zeitlich abhängig oder sonst was, ne, in Deutschland. Aber wie gesagt, es kommt ja echt darauf an, das sind ja dann halt wirklich bestimmte Texte, die halt konvertieren sollen und so weiter. Wenn ich 350 Dollar bezahle und bekomme so einen Text, wie jetzt gerade mit der KI geschrieben oder so, dann würde ich mein Geld zurückhaben und die Person bekommt dann auch sehr schnell schlechte Bewertungen oder so. Ich habe Leute schlechte Bewertungen gegeben, wo ich gesagt habe, hey, bei Textbroker, bei Textbroker habe ich Textenauftrag gegeben, habe wirklich grottenschlechte Texte bekommen mit der KI. Also die Proms waren sogar noch falsch und so weiter. Und ich habe vorher geschrieben, hey, das sollen SEO-optimierte Texte sein. Die Wörter kamen gar nicht vor, die dann halt optimiert werden. Die hatte gar keine Ahnung. Und ich habe extra reingeschrieben, bitte nehmt diesen fucking Auftrag nur an, wenn du Ahnung hast von SEO und mir den SEO-optimierten Text und sonst was. Dann ist ein Vollidiot, der irgendwie ein Video gesagt hat, hey, ich kann da Geld verdienen und so. So, der holt sich den Auftrag und liefert dann Scheiß an. Und ich habe dann noch da reingeschrieben, hey, ich brauche auch, das soll ein Blogbeitrag sein, ich brauche auch einen Titel und eine Meta-Beschreibung und so weiter. Dann fehlten die Sachen. Dann sage ich, hey, da fehlt die Meta-Beschreibung. Schickt der mir auf einmal einen Abschnitt, Meta-Beschreibung so 160 Zeichen normalerweise, für Google, ne? Schickt der mir auf einmal 300 Wörter oder so. Irgendwie so, hey, mach mal dazu noch eine Wörter-Beschreibung oder so, Google-Bart oder so. Und der hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Dann habe ich die ganze Scheiße da storniert, habe mir mein Guthaben von Textbroker zurücküberweisen lassen, weil da waren nur noch so Vollidioten und jetzt mache ich alles mit KI selber. Und, ey, die Leute kennen KI-Texte, die haben meistens so ein Schema und so weiter. Deshalb ist es damit schwierig, damit jetzt Geld zu verdienen. Und wenn, dann muss es echt perfekt sein. Ihr müsst die Porms kennen und so weiter. Sonst braucht ihr damit gar nicht anfangen. ... bis 50 Euro pro Stunde verdienen. Und hier wurden tatsächlich schon auf der Plattform alleine mit dieser Anzeige hier 300.000 Euro bzw. Dollar verdient. Also funktioniert das Ganze wirklich extrem gut. Ja, wie könnt ihr hiermit starten? Ihr geht einfach auf upwork.com und dann geht hier ganz nach unten auf die Webseite. Und hier könnt ihr jetzt Folgendes sehen. Und zwar, so finden Sie Arbeit. Das heißt, hier kann man dann eben einmal raufklicken und dann öffnet sich schon die nächste Seite hier. Und hier könnt ihr dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt hier komplett kostenlos einen Account erstellen. Und dann könnt ihr eben damit richtig gutes Geld verdienen. Und ihr werdet auch eben sicher bezahlt. Das ist natürlich absolut wichtig, dass ihr hier eine sichere, seriöse Aus... Dann liefert auch vernünftige Sachen. Bei Fywa hatte ich das auch ein paar Male. Dann haben die Leute so schlecht abgeliefert, dass ich gesagt habe, ich will mein Geld zurückhaben und so weiter. Das ist halt Müll, was du mir abgeliefert hast. Das hat nichts mit dem Auftrag zu tun. ...Ausszahlung bekommt. Und das ist auch eben eine absolut seriöse Plattform. Die arbeiten auch mit Microsoft oder Airbnb zusammen. Und hier könnt ihr eben richtig gutes Geld verdienen. Das hat mittlerweile auch jeder drauf. Wahrscheinlich haben die ein Microsoft-Tool oder so in ihrer Firma eingesetzt. Windows oder so. Oder ein Mitarbeiter hat mal gebucht bei Airbnb oder so. Mittlerweile haben das die ganzen Firmen drauf. Und ich glaube das gar nicht so. In den verschiedensten Bereichen. Teilweise hier auch im Bereich WordPress ab 300 Euro. Oder auch hier natürlich im Bereich Blog-Einträge oder auch Copywriting haben wir ja auch eben schon gesehen. Für 200 bis 300 Euro. Hier sehen wir das Ganze nochmal das Wichtigste. Und zwar wie funktionieren die Zahlungen. Das Ganze bekommt ihr hier direkt auf der Plattform. Ihr braucht da keine andere Plattform mehr für. Wie werdet ihr bezahlt? Ihr werdet bezahlt über direkt Bankauszahlung. Und warum musste ich jetzt gerade lernen, wie man in Google sucht? Das verstehe ich noch nicht. Direkt aufs Konto. Paypal, Payoneer, Überweisung. Die Leute, die jetzt live auf Kick dabei sind, wisst ihr warum? Versteht ihr das Video? Ich noch nicht. Und so weiter und so fort. Und das Beste ist, ihr habt eben, bis ihr eure Arbeit abgeschlossen habt, keine Gebühren. Und das ist natürlich eine absolut geniale Sache. Hier natürlich die Frage, ist das Ganze kostenlos? Ja, es ist komplett kostenlos. Natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel 100 Euro verdient, müsst ihr dann 10% des Geldes eben an die Plattform abdrücken. Ist ja auch klar, weil die Plattform natürlich auch was verdienen will. Aber 90% zu verdienen davon ist natürlich auch schon absolut super. Und ja, hier werde ich jetzt natürlich nicht alles ganz genau durchgehen. Schaut euch das auf der Seite einfach selbst an. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Und ja, hier könnt ihr dann euch komplett kostenlos anmelden, indem ihr jetzt einfach mal hier raus... Wäre natürlich toll, wenn der das mal gemacht hat und zeigt uns, hey, ich habe genau das gemacht und habe dafür 350 Euro bekommen oder so. Das wäre mal echt... Ich glaube, ich würde erst mal aufstehen, tanzen oder so. Wenn wir mal so ein Video finden oder so, tanze ich. Oder ich ziehe meinen Käppi ab oder so. Ach, dann seht ihr mal, was ich drunter habe oder so. Aufklickt und zwar erstellen sie ein Profil bzw. erstelle da ein Profil. Dann öffnet sich schon die nächste Seite und zwar hier kann man dann aussuchen. Ich bin Freiberufler und auf der Suche nach Arbeit. Und dann können wir hier draufklicken und hier ein Konto kostenlos erstellen. So, das heißt, wenn ihr euch dann angemeldet habt, sieht das Ganze so aus. Und zwar zunächst muss man da nochmal ein paar Fragen beantworten. Das heißt, es dauert auch maximal 5 bis 10 Minuten, bis man eben direkt starten kann. Und hier seht ihr nochmal ein paar Beispiele und zwar hier zum Beispiel diese nette Person hier verdient 65 Euro pro Stunde, was natürlich auch super ist. Hier, wie gesagt, der Alexander mit 90 Euro pro Stunde oder hier zum Beispiel sogar teilweise über 100 Euro pro Stunde. Und jetzt klicken wir eben hier auf Loslegen und können dann hier auch direkt schon starten. Dann natürlich hier die Fragen. Hat man schon mal freiberuflich gearbeitet? Und dann kann man hier ganz normal wahrheitsgemäß das Ganze eben ausfüllen. Zum Beispiel, nein, es ist neu für mich. Ich habe es schon probiert, brauche vielleicht noch Tipps. Ich werde jetzt hier beispielshaft mal das hier auswählen. Dann geht es eben weiter und zwar hier. Warum möchte man hier auf der Plattform arbeiten? Will man das Ganze nebenbei machen? Will man das als Hauptjob machen? Und ich gebe jetzt mal ein, dass man das Ganze eben nebenbei machen möchte, weil ich mal davon ausgehe, dass die meisten das von euch eben machen wollen. Dann geht es weiter. Wie möchte man arbeiten? An alle, die jetzt zuschauen, egal auf welcher Plattform, live jetzt bei Kik oder YouTube oder sonst was. Wer von euch hat schon mal bei Upwork Geld verdient? Und wie viel? Schreibt gerne mal in den Kommentaren rein. Habt ihr schon mal? Schreibt ein Ja rein, ein Nein rein. Und wenn ihr ein Ja reingeschrieben habt, dann schreibt bitte dazu, wie viel. Ja? Ihr habt es versucht? 0 Euro, 10.000 Euro, vielleicht noch ein Datum, Tag, Monat, Jahr oder nein, ihr habt es noch nicht gemacht. Schreibt mal gerne rein oder hey, vielleicht auch versuchen oder so. Ja, ich möchte es mal versuchen oder so. Damit ich mal so ein bisschen weiß, hey, wer so etwas auch umsetzt und sonst was. Ich habe ja auch schon bei Upwork mehrmals Aufträge versucht zu geben. Also ich habe dort auch schon echt Aufträge rausgehauen, Pinterest und so einen ganzen Kack. Ja, meistens sind es dann Leute aus Bangladesch oder so, die sich dann halt bewerben. Was bei manchen Sachen nicht so verkehrt ist, wenn ich einen Englischsprachenkanal machen würde oder so und die können Englisch. Aber wenn die was in Deutsch machen sollen und die können kein Deutsch oder so, was brauche ich die dann? Nein, brauche ich nicht. Die müssen natürlich verstehen, was sie ja machen. Selbst ein Pintus-Pin, wenn du kein Deutsch kannst oder so, schwierig. Ich möchte selbst Möglichkeiten finden und ich gehe mal davon aus. Nein, noch nicht gemacht, okay. Ja, hier, also das funktioniert so auch nicht. Aus, dass die meisten eben das selbst wirklich machen wollen. Das heißt, hier klickt man dann hier auf als nächstes und dann kommt man hier auch direkt schon zu sein Profil. So, das heißt, hier können wir jetzt eben ganz einfach noch einen kurzen Lebenslauf hinzufügen. Das heißt, hier kann man den eben entweder selbst hochladen, wenn man den schon fertig hat oder eben selbst ausfüllen. Das kann ich mal kurz zeigen, wie das aussieht, aber... 15 Minuten dauert das. Wie gesagt, das muss ich jetzt ja eigentlich großartig gar nicht zeigen, weil den Lebenslauf zu schreiben, das wird, denke ich, mal jeder schaffen. Deswegen überspringen wir das Ganze nochmal kurz. So, und jetzt wird es eben sehr, sehr spannend. Und zwar jetzt können wir hier genau unseren Stundensatz festlegen. Das heißt, wie viel wir eben pro Stunde verdienen wollen. Und ja, wir haben natürlich hier hohe Ansprüche, ganz, ganz klar. Und zwar ganz klar natürlich 90 Euro pro Stunde. Und natürlich muss man dazu sagen, hier hat man dann am Anfang die 20% Servicegebühr. Aber es kann auch sein, dass man hier eben 5% Servicegebühr haben kann, wenn man hier eben schon 10.000 Euro Umsatz erzielt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier 90 Euro nehmen, hätten wir am Ende immer noch 72 Euro, was, denke ich mal, auch sehr, sehr gut ist. Und natürlich noch deutlich mehr als der... Naja, 72 bekommt man das dann ausgezahlt mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer aus Amerika. Da müsst ihr echt aufpassen, kommt die Zahlung aus Amerika oder wie auch immer. Ja, also das könnte alles noch so ein bisschen schwierig sein. Aber okay, kümmert euch da drum. Ist das dann halt eine Zahlung inklusive Mehrwertsteuer, Mitmehrwertsteuer oder kommt das aus Amerika? Und man müsste die Mehrwertsteuer vielleicht noch abführen oder so und und und. Wichtig ist, hey, Künstler, Sozialversicherung bei Freelancern und so weiter, informiert euch damit. Stundenlohn im Durchschnitt ist von 20 Euro in Deutschland. Ja, dann sind wir im Prinzip auch schon fertig und können eben loslegen. Und müssen dann nur noch die ersten Aufträge erledigen und können dann sehr, sehr gutes Geld online verdienen. Übrigens, wenn noch mehr... So, eigentlich war es das schon, oder? Jetzt macht er noch ein paar Werbung-Sachen in eigener Sache. Im Großen und Ganzen... Ich habe ja nicht verstanden, wie er das Video gesucht hat und warum die Google-Suche oder sonst was so wichtig war oder so. Keine Ahnung. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das einfach nicht verstanden. Vielleicht bin ich halt nicht so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonnieren, wenn du das jetzt auf YouTube siehst oder woanders. Und komm gerne auf KIK vorbei. Dort heiße ich mich ja kurz so, genauso wie auf allen anderen Plattformen. Und sei live dabei bei KIK. Hey, wir sind nur ein paar Leute immer wieder. Und ich bin jetzt raus. Ciao.